Zeige ich jetzt die magische Variante, um so einen Würfel zu lösen. Und ich darf mich bitten, nicht zu blinzeln, weil es geht sehr schnell. Perfekt. Killers. Abweichern. Einer Karte. Einer Karte. Bravo. Peter. 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 Siehst, noch ist das Stückchen dran. Jetzt ist es. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Mond. Und mit ein bisschen Fantasie kann man sich vorstellen, wie die Sternenstunde am Abendhimmel dahin gleitet, bis sie zum Schluss komplett verglöht. Ich will extra für dich einen Glücksstern. Ich habe dann den Glücksstern, weil ich gerne einen Tag mit nach Hause geben würde. Und für dich und euch ein, dass ich eurer Wünsche wieder füllen will. Vielen Dank.